Herzlich willkommen, liebe Data- und AI-Friends. Ich begrüße euch ganz herzlich hier aus dem virtuellen AI-Café. Mein Name ist Dennis Scheuer und ihr seht im Hintergrund schon das virtuelle AI-Café. Jede Woche begrüßen wir hochkarätige Experten aus dem Bereich Data und AI und ich freue mich ganz herzlich, heute Sophie Richter-Mendau begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Sophie. Stell dich doch einmal kurz vor und erklär einmal kurz, was du uns heute Schönes mitgebracht hast. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, Dennis. Mein Name hast du ja eben schon genannt. Ich bin als AI-Consultant bei IBM tätig und darf in spannenden Projekten mich mit den Daten unserer Kunden auseinandersetzen und ihnen helfen, ihre Geschäftsprozesse weiter und weiter effizienter zu gestalten und die Digitalisierung voranzutreiben. Und das Thema, das ich heute mitgebracht habe, nennt sich Cognitive Input Analytics und ich will mal sagen, das ist die Weiterentwicklung des klassischen Input-Managements, wie wir es schon seit Jahren aus der Branche kennen. Okay, und das Thema Input-Management, was ist das eigentlich? Kannst du das jetzt mal erklären und vielleicht auch an einem Beispiel verdeutlichen, was dahinter steckt? Sehr gerne. Dennis, es ist wahrscheinlich schon eine Weile her, seit du das letzte Mal gereist bist, jetzt zu Corona-Zeiten, aber kannst du dich noch daran erinnern, als du das letzte Mal eine Reisekostenrechnung, Abrechnung eingereicht hast? Ja, da kann ich mich noch, du hast recht, es ist schon lange her im Moment, leider, also ich bedauere das auch sehr. Nichtsdestotrotz, wir haben einen neuen Prozess bei uns und seitdem ist es so easy, Reisekosten abzurechnen, weil von allen Belegen, die ich habe, sei es eine Hotelrechnung, Taxi-Quittung, was auch immer, egal wie der Zettel aussieht, ich nehme einfach mein Handy, mache ein Foto davon und die App erkennt das automatisch und ich bin total beeindruckt und das geht ruckzuck inzwischen, ja. Ja, und genau darum kümmert sich das Input-Management. Letztendlich ist es doch so, dass wir unsere Reisekostenabrechnung früher noch per Post an das Unternehmen gesendet haben. Heutzutage können wir das per E-Mail machen oder wie du sagst, tatsächlich mit unserem Smartphone Fotos von den Rechnungen machen und über diese diversen Kanäle, ja, die Infos an unseren Arbeitgeber schicken. Und früher, also wo früher tatsächlich noch ein Mensch da sitzen musste und diesen Beleg genommen hat, abgetippt hat, was stand drauf, ja, jede einzelne Zeile oder du sogar noch deine Zeit opfern musstest und jede einzelne Position abzutippen, macht das heute vollkommen maschinell das System, ja. Und genau darum kümmert sich das Input-Management, ja, dass zunächst einmal klassifiziert wird, um was für eine Rechnung handelt es sich oder um was für einen Beleg, muss ja keine Rechnung sein, und dann die relevanten Daten daraus zu extrahieren, die man braucht, um den weiteren Geschäftsprozess durchführen zu können. Und im besten Fall auch noch so modelliert, dass gar kein Mensch mehr drauf schauen muss, sondern ein Prozess komplett dunkel, ja, also dunkel im Sinne von kein Mensch ist mehr daran beteiligt, durchlaufen kann und, ja, man an der Stelle einfach Aufwände spart. Und welche Rolle, würdest du sagen, spielt künstliche Intelligenz dabei heutzutage? Nun, ich glaube, dass sich im Input-Management-Bereich in den letzten Jahren sehr viel getan hat, ja, wo sonst sehr viel regelbasiert abbildbar war, hat man sicherlich schon 80 Prozent dessen, was automatisiert möglich ist, erreicht. Aber diese letzten 20 Prozent, wo man heute an die Grenze stößt und sagt, nun ja, da kommen jetzt Belege rein, wo der Kunde einfach nur eine WhatsApp schreibt, mit einem Anliegen drin, und man möchte versuchen, dieses Anliegen jetzt richtig zu klassifizieren, da kommen wir dann oftmals an unsere Grenzen und sagen, naja, einfache Keyword-Detection reicht hier nicht mehr aus, weil der Kunde verschachtelt seine Sätze, er möchte das eine und sagt im gleichen Zuge, dass er etwas anderes nicht möchte. Ja, und da helfen Natural Language Processing-Algorithmen, die Wünsche des Kunden tatsächlich zu verstehen. Auf der anderen Seite versucht man heutzutage auch noch viel mehr, die Stellstrauben zu drehen, um die bestmögliche Datenbasis zu erlangen, die es braucht, um KI-Modelle überhaupt trainieren und anwenden zu können. Das beste Beispiel sind tatsächlich jetzt auch wieder die App-Einreichungen. Während früher jeder seinen Beleg an die Firma geschickt hat und sie immer in der besten Scan-Qualität, alle gleichbleibend, konsistent gescannt wurden, macht jetzt jeder zu Hause einfach mit dem Smartphone sein Bild. Zeig doch mal, wie das aussieht. Sehr gerne. Also, ich habe hier ein paar Beispiele mitgebracht. Auf der einen Seite ist ein Beleg tatsächlich einmal ein bisschen verrutscht. Auf der anderen Seite wurde ein Wasserglas mehr fokussiert, anstatt wirklich das Bild der Rechnung in den Fokus zu setzen. Und das ist natürlich nicht hilfreich. Der Kunde möchte, dass seine Rechnung abgerechnet wird und er das Geld zurückbekommt und wartet aber stundenlang, tagelang vielleicht darauf und auf der anderen Seite versucht, macht sich jemand die Mühe, hier tatsächlich irgendwas auszulesen. Wo wir doch eigentlich, hier auf der anderen Seite zu sehen, ein Bild einer Rechnung haben wollen, die wirklich gut strukturiert, gut binarisiert auslesbar ist. So, und da kommen wir dahin, dass wir hier mit einem White-Label-Produkt, einer Erfassungs-App, verschiedene Möglichkeiten geben, den Kunden hier schon sehr früh im Prozess dahin zu leiten, dass er uns eine gute Datenbasis zur Verfügung stellt. Zum Beispiel mit Schräglagetoleranzen, mit einer Vermeidung der Verwackelung, eine Belegranderkennung. Und das finde ich ein ziemlich cooles Feature, der Textdetektion, on-device. Was macht das? Wenn der Kunde jetzt sein Wasserglas fotografiert und gar kein Text mehr zu erkennen ist, kriegt man eine kleine Meldung, hey, lieber Kunde, ich glaube, auf diesem Beleg ist gar kein Text erkennbar, möchtest du vielleicht nicht nochmal einen neuen Versuch starten, um das Foto zu schießen. Man hindert ihn nicht daran, das Bild jetzt abzusenden. Also kein Showstopper. Aber dieser kleine Hinweis kann schon dazu führen, dass der Kunde nochmal das Bild richtig in den Fokus rückt, ein neues Bild schießt und das in den weiteren Prozess geht. Das heißt, es ist für alle Beteiligten eigentlich nur eine unglaubliche Effizienzsteigerung. Es steigert die Kundenzufriedenheit, weil ich als Kunde meinen Prozess steigere. Gleichzeitig steigert es auch die Qualität in der gesamten Verarbeitung von meinem Inputmanagement. Also ich finde, das ist wirklich grandios. Wenn du jetzt sagen würdest, eher regelbasiert oder mit künstlicher Intelligenz, gibt es da eine pauschale Antwort? Darauf würde ich antworten, es kommt darauf an. Klassische Beraterantwort. Aber tatsächlich stimmt es. Man muss sich immer überlegen, was ist das Ziel, was ich erreichen möchte? Was ist meine Datengrundlage? Bietet die Datenlage es an, dass man mit ein paar einfachen Regeln schon 80 Prozent des Use Cases erreicht? Oder stellt man fest, nee, mit Regeln kommen wir hier nicht weiter. Man muss wirklich mit Beispielen ein Modell trainieren, um sein Ziel zu erreichen. Dann würde ich sagen, nimm die KI. Aber genau solchen Herausforderungen stellen wir uns in den Projekten und analysieren ganz genau, welche Methoden jeweils die besten sind, um das Ziel unserer Kunden zu erreichen. Okay, Sophie, ganz herzlichen Dank für die spannenden Einblicke in das Thema Inputmanagement und was da mit künstlicher Intelligenz und teilweise auch anderen Ansätzen heutzutage schon möglich ist. Ich finde, es ist super spannend. Es kombiniert verschiedenste Bereiche, Natural Language Processing, Bilderkennung und vieles mehr. Es ist unglaublich viel drin für alle Beteiligten im Prozess. Also, Sophie, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute zu Gast warst in unserem AI-Café. Und liebe Data und AI-Friends, ich freue mich auch schon, euch wieder begrüßen zu dürfen nächste Woche, wenn es heißt, wieder einschalten und nicht verpassen zu einer neuen Folge des virtuellen AI-Cafés. Also, Sophie, ganz herzlichen Dank und AI-Friends, ich freue mich auf euch nächste Woche. Vielen Dank.